Hallo Männer, erstmal vorneweg Respekt, was ihr bei diesem Turnier schon geleistet habt. Aber ihr wisst, jetzt geht das Turnier erst richtig los. Jungs, ihr macht das heute im Viertelfinale gegen Griechenland. Spielt einfach so geil weiter wie bisher und dann könnt ihr einen ganz großen Wurf landen. Großartiges Turnier bisher, macht einfach weiter so. Heute vor heimischem Publikum den nächsten Hochkaräter besiegen. Wir drücken hier auf jeden Fall gemeinsam die Daumen. Hey Jungs, ich wünsche euch viel Erfolg heute beim Viertelfinale gegen Griechenland. Zeigt, was ihr könnt, genießt das Spiel und ich drücke euch die Daumen. Ich wünsche euch viel, viel Glück und Erfolg für euer Viertelfinale gegen Griechenland. Richtig geiles Turnier, macht richtig Bock euch zuzusehen und jetzt viel Glück gegen Griechenland. Auf geht's. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg und Glück beim Spiel gegen Griechenland. Ganz Deutschland steht hinter euch und ich bin mir sicher, dass ihr das schafft. Ganz Deutschland steht hinter euch, Berlin wird Vollgas geben und genießt den Moment und haut rein. Viel Erfolg. Ich wünsche euch heute ganz, ganz viel Erfolg im Viertelfinale gegen die Griechenland. Ich glaube an euch, haut sie weg. Genau, was ihr bis jetzt gemacht habt, top. Nicht nur ganz Basketball-Deutschland, sondern ganz Sport-Deutschland. Drückt euch die Daumen. Spielt weiter so geil als Team zusammen und holt euch den Sieg. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg im Viertelfinale gegen Griechenland. Haut sie weg und lasst den Traum vom Finale leben. Bin mir sicher, ihr packt das gemeinsam, bekommt ihr den Greek Freak unter Kontrolle, da bin ich sehr sicher. Und ich werde natürlich vor dem Fernseher definitiv mitfiebern. Alles, alles Gute, viele Grüße aus Madrid.